Und wir schalten zu Sven Lohmann nach London. Sven, das Krisentreffen gestern mit Johnson hat nicht dazu geführt, dass der Premier den Hut nimmt, trotz eindringlichen Zuredens. Warum nicht? Warum klebt Johnson so am Amt? Ja, Boris Johnson ist der Meinung, dass er ein Mandat der Wählerinnen und Wähler in Großbritannien hat. Er hat ja im Dezember 2019 eine Art Erdrutschsieg für die Tory-Partei errungen und auch eine große Mehrheit im Parlament. Und er sagt ständig, er hat diesen Auftrag und auch wenn es mal schwierige Zeiten gibt, wie jetzt gerade, heißt das nicht, dass man hinwirft, sondern man muss quasi den Wählerwillen befolgen und muss quasi jetzt weiter regieren. Das ist das, woran er sich die ganze Zeit dran aufhängt und das, was er quasi argumentativ immer vorbringt, das ist die Wählerschaft. Und er ignoriert dabei, dass natürlich auch gerade die Umfragen ein ganz anderes Bild zeichnen und dass auch die Bevölkerung eigentlich sagt, nein, die Zeit von Boris Johnson ist zu Ende. Ja genau, wie kommt das denn in der Öffentlichkeit an? Gestern waren die Schlagzeilen ja schon nicht besonders freundlich. Wie sieht das heute Morgen im Frühstücksfernsehen und an den Zeitungsständen im Land aus? Also es gibt eigentlich ein großes Rätselraten über Boris Johnson und man guckt auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit darauf, denn man ist hier in Großbritannien eigentlich gewohnt, dass wenn man in einer solchen Situation ist, dann tritt ein Premierminister auch zurück, wenn klar ist, dass Kabinettsmitglieder zurücktreten, wenn klar ist, dass so viele Regierungsmitarbeiter auch nicht mehr wollen, wenn im Parlament ihm quasi klargemacht wird, dass sie ihm nicht mehr folgen und ihn nicht mehr stützen wollen, dann war es eigentlich immer so, dass ein Premierminister sagt, okay, ich trete zurück, ich merke, ich kann nicht mehr weitermachen. Boris Johnson, der ja bekannt dafür ist, dass er sich nicht an normale Regeln hält, macht das eben nicht so und deswegen schauen die Zeitungen zum Teil mit Mitleid auf ihn, aber auch, dass sie sich fragen, was hat Boris Johnson eigentlich vor? Viele Mitglieder der Regierung haben ihre Ämter ja inzwischen niedergelegt. Eine Personalie ist ja aber dann durchaus bemerkenswert und zwar der Wohnungs- und Bauminister Michael Gove. Der ist nicht selbst gegangen, sondern Johnson hat ihn entlassen. Warum das? Ja, Michael Gove ist ein alter Weggefährte von Boris Johnson. Er hat zusammen mit ihm die Brexit-Kampagne gemacht, auch erfolgreich. Die Wege von den beiden haben sich dann aber getrennt. Auch Michael Gove hat sich mal nominieren lassen und sich beworben für das Amt des Parteichefs. Die beiden haben ein sehr schwieriges Verhältnis. Boris Johnson hat ihn zwar ins Kabinett geholt, aber manche glaubten auch nur, um quasi möglichst nah an ihm dran zu sein, weil er ihn schon auch als Feind sieht. Und Michael Gove gehörte zu denjenigen, die gestern auch bei Boris Johnson waren und gesagt hat, es ist eigentlich zu Ende, du müsstest jetzt zurücktreten. Und Boris Johnson hat quasi an ihm ein Exempel statuieren wollen und quasi auch für Disziplin sorgen wollen und seinen Kritikern gezeigt. Also wenn ihr mich so kritisiert und wenn ihr mich hier drängt, dann kann es euch passieren, dass ihr entlassen werdet. Und das Bauernopfer bzw. derjenige, den es getroffen hat, das war Michael Gove. Es gab ja auch andere Minister, die Johnsons Rücktritt gefordert haben. Warum wurden die nicht entlassen? Das ist die große Frage. Boris Johnson möchte natürlich jetzt auch weiterregieren. Er hat ja gesagt, wir müssen uns um die großen Themen kümmern. Wir müssen uns um die Finanzkrise, um die Lebenshaltungskosten, wir müssen uns um die Pandemie kümmern. Er kann natürlich jetzt nicht sein eigenes Kabinett komplett entlassen oder zumindest all diejenigen, die ihn öffentlich kritisieren, weil dann kann er ja auch nicht mehr weitermachen. Also er musste eine Art von Balance finden. Und ich glaube, er setzt eher darauf, dass er jetzt so eine Art Disziplin hinbekommt. Ob ihm das wirklich gelingt, ist mehr als fraglich. Denn die Front, die gegen ihn ist, die ist schon groß. Fassen wir nochmal zusammen. Der Druck auf Johnson ist immens. Gehen will er nicht. Das nächste Misstrauensvotum kann es, zumindest nach den bisherigen Regeln, erst zwölf Monate nach dem vorherigen geben. Jetzt gibt es aber ein großes Aber. Nämlich? Ja, es gibt ein mächtiges parteiinternes Gremium, das darüber entscheidet, ob es ein weiteres Misstrauensvotum geben kann. Es könnte nämlich jetzt diese Regeln ändern und sagen, das ist durchaus früher möglich, sogar auch sofort. Und dieses Gremium, das tagt am kommenden Montag. Boris Johnson versucht jetzt, dort Leute zu platzieren, weil nämlich gerade auch interessanterweise dort Wahlen anstehen und die Positionen dort neu besetzt werden. Er versucht also gerade Getreue dort in dieses Gremium zu platzieren, um quasi diese Regeländerung noch einmal abzuwenden. Aber auch seine politischen Gegner versuchen natürlich dort Leute zu platzieren, die genau das möglich machen. Und wenn sich dieses Gremium dann dafür entscheidet, dass es ein zweites Misstrauensvotum gibt oder geben soll, dann kann das auch ganz schnell gehen. Ja, und kurz noch zum Schluss. Wer steht denn bereit, falls Johnson geht oder gegangen wird? Ja, gestern hat interessanterweise die Generalstaatsanwälte Venezuela Braverman gesagt, sie würde ihren Hut in den Ring werfen. Dann gibt es Jeremy Hunt, der war früher mal Gesundheitsminister. Der hat auch schon gesagt, dass er sich bewerben würde für die Position des Parteichefs. Der Name, der aber am meisten immer wieder genannt wird, ist Liz Truss, die Außenministerin, die interessanterweise gerade auch auf Reisen ist und quasi dieses ganze politische Spektakel gar nicht vor Ort wahrnimmt und sich auch nicht daran beteiligt, sondern aus der Ferne quasi zuguckt. Ihr werden im Moment, Stand jetzt, die größten Chancen eingeräumt, Boris Johnson zu beerben. Sven Lohmann in London. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Informationen.